Hallo ihr Lieben, mein Name ist Michael. Ihr kennt mich vielleicht schon von dem Online-Gewinnspiel bei der Bezirkszeitung. Ich werde euch in der nächsten Woche einige Übungen zeigen, die ihr zuhause machen könnt oder so wie ich heute hier im Freien, die eure Fitness fördern und eure Gesundheit fördern. Ich hoffe, ihr begleitet mich. Ich freue mich. Beginnen werden wir mit dem Nackenbereich. Hier ganz wichtig, den kompletten Bewegungsradius ausnutzen, ein paar Umkreisungen und dann Richtungswechsel. Und zu guter Letzt auch noch nach links und nach rechts mit lockeren Schultern. Als nächstes die Schultern. Hier nach hinten kreisen. Zuerst ganz kontrolliert und erst mit der Zeit schneller werden. Warum nach hinten? Damit wir hier unsere Brustmuskulatur wieder öffnen vom stundenlangen Sitzen, die wir verkümmen. Für Brust- und Schultergürtel. Arme auf die Seite strecken und nach links und nach rechts strecken. Becken und Hüfte. Schön kippen. Stockerlhintern und anspannen. Zusammenswitten. Stockerlhintern und zurückhalten, was nicht raus soll. Und dann, wenn das schon gut klappt, schön kreisen. Kleine Kreise. Bewegung komplett wieder ausnutzen. Den ganzen Radius. Gut, aufgewärmt und mobilisiert sind wir. Beim nächsten Mal zeige ich euch dann die ersten Übungen. Macht's gut. So ein gran. Was ist noch